Das Trennungsdrama von Sarah und Pietro Lombardi bewegt nach wie vor ganz Deutschland. Seit dem emotionalen TV-Special hoffen viele Fans auf ein Liebes-Comeback der beiden Sänger. Auch Dagi Bee würde sich über eine Lombardi-Reunion freuen. Das verrät uns die YouTuberin jetzt am Rande der 1Live-Krone im Buchum. Ich hab's gesehen, ich find's schade für die beiden, aber vielleicht finden sich die Wege ja mal wieder zusammen, weil die waren wirklich süß. Na, damit spricht Dagi den Lombardi-Fans wohl aus dem Herzen. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen.